Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Enantiomerie oder Spiegelbildisomerie. Nach dem Video weißt du, was Enantiomerie ist, wie Enantiomere benannt werden und wie sich die Enantiomerie auf die Eigenschaften natürlich von Molekülen auswirkt. Um das Video zu verstehen, solltest du allerdings bereits wissen, wie man Moleküle in der organischen Chemie darstellt und was Isomerie im Allgemeinen ist. Zunächst einmal zur Definition der Enantiomerie. Enantiomerie oder Spiegelbildisomerie liegt dann vor, wenn zwei Moleküle sich wie Bild und Spiegelbild zueinander verhalten. Man spricht dann auch von Chiralität oder Händigkeit. Um Enantiomerie zu verstehen, reicht es eigentlich, sich die eigenen Hände anzuschauen. Irgendwie sind sie sich doch sehr ähnlich, die Hände. Wir haben die gleichen Finger, die können wir gleich bewegen, mal hierhin, mal dorthin. Irgendwie alles gleich. Egal, ob es die linke oder die rechte Hand ist. Wenn man jetzt aber versucht, die beiden Hände genau in Deckung zu bringen, dann wird man bemerken, dass da irgendwas nicht passt. Irgendwie sind sie halt doch anders, die rechte und die linke Hand. Dieses Anderssein ist die Chiralität. Und dieses Phänomen gibt es auch bei organischen Verbindungen. Schauen wir uns das mal anhand eines beliebigen Moleküls an, in dem ein Kohlenstoffatom vorkommt, welches vier Einfachbindungen zu vier verschiedenen Partnern besitzt. Diese vier Bindungen kann man perspektivisch darstellen durch entsprechende Striche. Links eine Bindung in der Tafel-Ebene, rechts eine Bindung in der Tafel-Ebene, nach oben vorne herausragend eine Bindung, nach hinten fortgehend eine weitere Bindung. Der Bindungswinkel beträgt in jedem Falle 109 Grad. Es ist jener berühmte Tetraederwinkel, den Kohlenstoffatome besitzt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.